TG, möchtest du in Dinge reinschlüpfen? Ja, an euch alle. Ich finde das immer furchtbar schlimm, wenn das Licht ausgeht. Ich bin einfach nur ins erste Regal geschlüpft. Hey, hey, hey! Danke schön, wie auch immer du warst! Ich habe niemanden erschossen. Ja, aber das... Das kann auch Pia nicht wissen. Das war eigentlich wirklich sehr, sehr zufällig. Ich bin einfach nur ins erste Regal geschlüpft. Ja, aber du kannst ja nicht wissen, dass ich der Traitor bin. Nee. Ich bin davon ausgegangen. Ja. Weil du... Das warst aus wie ein Traitor. Nein, nein. Ja, das hat zu 13 gehüpft. Eigentlich bin ich nur... Eigentlich bin ich nur wahllos hin und her gehüpft. Nee. Also das war jetzt ein sehr gesicher Zufall, dass ich jetzt genau der Traitor war. Geiler Scheiß. Ja, das vermisst mir voll die Traitor-Runde. Na schön, danke. Okay. Hahaha. 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 I love this game. Game is good. Oh. Warte. Wuhh? Wieso läufst du mir hinterher? Ach, pfff. Weil ich dir nicht traue. Warte mal. Ich hör' schon... ... und das... ... die Wirkstrauke. W-F-F-F-F! x4 x3 x4 x4 x5 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 x6 Man sagt auch nix mehr, man ahnt nur noch Ich hab schon Leichen gefunden und ich weiß nicht wer sie verursacht hat Naja, teils, teils Oh, bei mir bewegt sich lauter Sachen aus gestern So, so Geh weg oder ich schieße Ja, moff, moff, du folgst mir Ja, schieße Was ist hier los? Mann, ey, so viel Zack Drei Leute mit der Shotgun, die falsch waren Warum bist du bisher hinterher gelaufen? Weil sich alle Sachen um dich herum bewegt haben Ich dachte halt, es wäre nichts dafür, dass du der Mörder bist Genau das gleiche hatte ich vorher bei Tia, da hat sich auch ein Regal bewegt Aber nein, die Geister sind ja keine guten Hinweisgeber Bei mir hat sich auch alles bewegt Ich hab aber tatsächlich Teji, ich hab tatsächlich Teji erschossen Ach so? Er ist mir die ganze Zeit hinterher gelaufen Und ich bin davon ausgegangen, dass er mir dann wahrscheinlich in den Kopf schießen möchte Wenn er mich so verfolgt Einfach, um die Freude des ersten Schusses zu haben Die Freude des ersten Schusses Lachen 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 Vielen Dank.